Aber sie guckt dich dann so ernst an. Ihr habt Blut am Ohr. Und fährt dann so leicht über deine Hände. Die Hände fühlen sich leicht kalt an. Sie fährt so mit den Fingerspitzen, mit den Fingernägeln kurz über deinen Handrücken. Ihr seid nicht im Takt. Ihr seid verstört. Was ist euch passiert? Eure Resonanz ist falsch. Wir hatten eine Begegnung mit etwas da draußen. Aus dem Dunklen. Ihr seid anders. Ich habe viele gesehen, deren Resonanz sich neu ausgerichtet hat. Aber ihr? Ihr seid anders. Ihr seid ein Mystiker, seid ihr schon. Aber nicht auf die normale Weise, die ich jetzt in den letzten zwei Zyklen gesehen habe. Ich bin kein Mystiker. Doch, seid ihr. Eindeutig. Ich sehe es, ich spüre es, wenn ich über diese Haut fahre.